Hier begegnet sie Harald Glöckler zum ersten Mal. Laura Halding-Hoppenheit ist seit 50 Jahren LGBT-Aktivistin und außerdem Kommunalpolitikerin der Linken in Stuttgart. Ich kämpfe für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen. Erklärt die Dame mit dem feuerroten Haar. Harald Glöckler kenne sie seitdem er 17 Jahre ist. Damals begegnen sich die beiden im Stuttgarter Kings Club. Moment mal, Harald Glöckler mit 17 Jahren in einem Nachtclub? Ich habe die Schwulen unter 18 in den Club gelassen. Alkohol haben sie sowieso nie getrunken. Ich wollte sie nicht draußen lassen und habe auf sie aufgepasst, erklärt die Dame gegenüber Mannheim 24. Für viele Schwule war der Kings Club die letzte Hoffnung. Nachdem sie von daheim rausgeschmissen wurden, kamen sie zu mir, sie wussten. Dass ich ihnen dabei helfe, eine Wohnung oder einen Job zu finden. Harald Glöckler vor seiner Karriere. Er war schon in jungen Jahren sehr vernünftig. Harald Glöckler sei allerdings nie auf diese Hilfe angewiesen. Er war schon in jungen Jahren sehr vernünftig und hatte immer einen Plan. Erzählt Halding Hoppenheit. Ein wildhübscher Junge war er, erinnert sie sich weiter. Damals steht sie noch hinter der Bar des Schwulen Clubs, später übernimmt sie. Die Regie des Etablissemas. Glöcklers damalige Situation scheint sie besser zu verstehen, als alle anderen. Da er aus einer baden-württembergischen Provinz kam, konnte er seine Sexualität nicht ausleben. Als schwuler Mann konnte er sich nicht so zeigen, wie er war, obwohl er mit seinem Stil immer aus der Reihe tanzte. Gleichzeitig war er dieser Junge, der von seiner konservativen Familie unterdrückt wurde und einen schrecklichen, dominanten Vater hatte, so Halding Hoppenheit. Sie können nachfühlen, wie schwer diese Zeit für Harald Glöckler war, denn sie wisse, wie es ist, diskriminiert zu werden. Aktivistin Laura Halding Hoppenheit spricht über Harald Glöckler. Wegen ihrer Herkunft und Aussprache findet die LGBT-Aktivistin aus Rumänien kaum Anschluss. Die einzigen Menschen, die mir gegenüber offen waren. Waren die Schwulen, erinnert sie sich mit einem bittersüßen Schmerz. Einer der Menschen, der ihr immer offen entgegentrat, war Harald Glöckler, seit seinem ersten Tag im Stuttgarter G-Club. Einer der Menschen, der Menschen, die mir hinterher BEN hecho ist, ist der